Ja, das ist schon so ein ganzen Kontinent ist Todehose, da ist nirgends wo Action. Was du laberst, Alter. Der kann sagen. Ist ja nicht, dass ich das das erste Mal tut, Säckchen. Anweisungsupdate, hui. Und schon wieder tot, Mann. Juhu. Punkt eingenommen. Juhu, eingenommen. Dö, ich bin doch immer tot. Naja, das war's dann. Mach. Das muss ich in den Plattoon-Chat reinschreiben. TS3.odf-team.de Megen? Da, Junge, du bist so gelähmt, ne? Wenn du vielleicht ganz viele Leute, die deine Aufnahmen hast, bitte. Oh Gott, stirb doch endlich, du. Easy Video. Schnitzel. Äh, mich hat grad, äh, Kuro angeschrieben, er ist der FFS-Diplomat und er sucht nach anderen Squats, mit denen er solche Sachen machen kann. Was will der machen? Was? Oh, Junge! Aber die sind halt englisch stark, ne? Aber die sind halt englisch stark, ne? Aber die sind halt englisch stark, ne? Die sind halt so Bullshit, ich hab keine Ahnung, was hier geht. Junge, hörst du überhaupt zu, Mann? Nein! Junge, geh sterben! Ich frag, ob die deutsche Lieder haben. Ne, haben sie nicht, soweit ich weiß. Eben, dann ist schon raus, ich kann kein Englisch. So, der Kontinent ist gesperrt, wie's auch seht. Gut, Mädels und Zickchen, wohin? Mädels und Zickchen, ja. Boah, Mann! Ab so hin da! Ich hab mal nachgefragt, ob die englisch sind. So, ich würd's sagen, dann hau ich mal euch zwei auf, ich komm gleich nach. Wir können auch hosseln gehen, also. Kann man ja noch da bleiben, wenn du noch mehr spielst. Nein. Warum? Markus. Ja. Hey Schnurz. Ne. Man hört zu. Ja. Okay, es ist mal, ne. Punkte. Ja, stoppst du. Einmal verlegen. Nein, ich bin doch, solange ich lebe und hier... Ja, da kommen wir jetzt eh keine mehr rum. Doch, einen hab ich genommen. Wow. Was denn genommen? Aber hart. Und einer steht im Spawn-Trank, kommt nicht raus, die Fallgesau. Warum der ist nicht runter? Hm. Wohin gehen wir denn jetzt eigentlich? Keine Ahnung. Inder. Geh nach Inder. Geh nach Inder. Ich komm mit. Ich geh dahin, wo das Team hingeht. Was für ein Team? Die gehen doch alle offline. Das ist drüber. Das ist drüber. Das ist ein... Siehste? Was? Ambarisch. Nix am Meer. Er wär schwul. Du bist schwul, Alter, weil du nicht zuhörst, Alter. Ich hab keine Ahnung, wo das geht's? Das heißt, behindert. Der hat gerade Werbung für Team gemacht und gesagt... Das soll für unseren YouTube-Kanal Werbung machen. Die Leute nicht für Team. Ist mir egal. Guck, so macht man das. Moment, ich muss das mal verlegen. Du kannst ja Werbung machen. Ja, guck, gleich. Wenn du schon die ganze Zeit hier rummackst, ich mach Werbung, mach Werbung, dann... Du musst ja... selber machen, oder? Ja, Moment. Weißt du, was ich... Ich hab gerade Ladebalken. Deswegen kann ich jetzt gerade nichts machen. Ist ja klar. Nexquad, ich will allgemein. Kann ich im Allgemeinen schreiben? Squats, ich will aber allgemein. Gegenstände? Nee. Trupp, Outfit... Ich hess mal weiter. Squats, say. Squats, say. Team, say. German... Game... Play. So, hab ich das jetzt mal angeschrieben? Du musst reden, Junge. Ja, ich hab's geschrieben. Guck doch, da steht da. LappengemaTV.com on YouTube. Das ist ja gar nix. Was willst du denn? Das ist ja gar nix, ey. Im Allgemeinen musst du gucken, aber... Das ist nix. Aber du kannst im Allgemeinen nicht schreiben, weil dann Squats... Schreib mal was in Allgemeinen an. Das geht ja als Quad. Du musst bei Gegenstände schreiben, damit du was bei Allgemeinen siehst. Behebnet? Ja. Probier's aus und labern mir keine fünfmal in die Tasche. Hab' aber keine Ahnung, Alter. Du hast keine Ahnung. Ach so. Was machen wir jetzt? Ich will irgendwas spielen, ne? Komm, ich verleg mich jetzt irgendwo hin. Ah, hier ist Toto Hose. Ist doch langweilig. Du weißt schon, dass wir ein Ding sind. Warp Gate, das hieß die Toto Hose. Ja, das ist ja schon den ganzen Kontinent des Toto Hose. Ist nirgendswo Action. Was du laberst, Alter. Wo ist der Action? Ja, 1 bis 12er Schlacht. Du weißt schon, dass die jetzt nicht alle herkommen, weißt du schon, ne? Guck dir mal nach Inda, was da los ist. Du weißt schon, dass die noch alle Puddy feiern in Esamir? War los? Die könnten kein Python mit ihren Strumpfhosen, das... Lederhosen, bitte. Strumpfhosen. Lederhosen. Ja, Texthosen. Naja, von mir hab's. So, was machst du jetzt, wenn du eigentlich, anstatt dass er mal hinkommt, rennt der irgendwie rum und zieht sein Messer und wie das dann läuft. Müsst du mir egal, ich bin jetzt im... Bei... Ja, ich muss mal kurz... Mich mit den anderen unterhalten, ich bin dann bald da. Ja, wir machen mal weiter mit der Aufnahme und so. Ja, ich vermittel mal dabei ein bisschen auf Englisch. Ja, das ist mir gewusst. User left or down. Markus Attacke, wir greifen, was greifen wir denn an? Wir greifen. Wir greifen. Wir greifen. Ja, eben. Silver League gedöhnt an. Rechts an der Rand. Ich weiß ja gerade den Svenniganzahl. Der vermittelt doch, da hat jetzt keine Zeit für Aufnahme. Vermitteln. Nee, das ist wichtig, wir auch nicht. Werbung für unser Squad ist wichtig. Äh, ob wir unser YouTube können hat. Bauer. Bauer. Ja, wenn Leute... Die kommen, dann werden sie wissen, dass wir aufnehmen und dann... Ja, und das andere mal weggefickt, die Scheiße. Man, gebäm. Ja, einfach, das haben wir weggemacht. Ganz einfach. Easy peasy. Hier. Und gleich mal 17, 11, ne? So, Junge. Drei Kürs gemacht. Wo du nicht gekommen bist und gepennt hast, hatten wir eine beste Schlacht und besten Kampf. Aber nein. Jetzt schliefst du mir jetzt Mecker das die PSD. Dass er einfach nur langweilig ist. Ich mecker gar nicht, ich hab heute... Kann bis vier Uhr morgens zocken, dann bis fünf Uhr... Ach, Junge. Halt die Schnuße. Und an einer 9 Uhr morgens. dringend fahrzeug ran wir sind überhaupt kommen rüber zu ich bin ich bin woanders kann ich konnte nicht bei den sparen dann komm jetzt rüber wer ist dass wir landing angreifen ist vielleicht geschickter hast keine ahnung kommen hier zu mir ich bin hier stehen aber landing ist echt los wirst du hin wenn landing kenne ich kann das wollen nein nicht nicht greife jetzt silber wie wellian silver valley tue dies tue ich auch ich hatte will landing gestärkung tue dies ja vielleicht diesmal eine positive idee vielleicht liegt es an euch weil ich mit euch zusammenspieler ich habe jetzt schon 1,7 und ich spiele schon 20 minuten aufnahme junge jungen alter was stimmt doch einfach du fix spion jetzt kriege ich das hier ach du shit na gut kill assist er ist tot tot ist mir egal da kommt wieder einer rein jetzt habe ich den pack wieder legt noch kein schild doch jetzt kommt ja aber ich habe jetzt ewig kein schild gehabt doch ich krieg nur schild wenn ich in dem schild feld stehe weiß vom ingi regenerationsfeld genau nur dann kriege ich schild du meinst vom medic es gibt auch ein schild schild also schild vom ingi glaube ich ist doch das ist von medic gibt es da zwei nein denn scherz was nicht aber es gibt ja so ein schild ja medic das ist nicht nur regeneration das regenerationsfeld schild das blaue dane ja genau